Hallo, da sind wir wieder. Ganz ohne Unterbrechung, fast. Also für mich, für euch wahrscheinlich schon. Wir erkunden jetzt mal Arcadia. Nachdem wir uns ja vorher in Stark ein bisschen umgesehen hatten, in der Welt aus der April kommt, gucken wir mal, was sie so abgeht. Ach, da geht's schon wieder in den Tempel. Ja, komm, lauf ein bisschen schneller, April. Okay, da ist der Marktplatz und ich kann nur zu den City Gates gehen. Auch schön gemacht, diese Karte hier. Gefällt mir gut. Die Stadttore. Tja, dafür machen sie keine Werbung und wollen dir nichts verkaufen. Was war das denn für Geräusch? Ah, ich kann sogar mit dem... für ein Instrument in diesem bestimmten Moment. Es ist trotzdem gut, zu wissen, wo man einen bekommt, wenn man, äh, eine Musik-Emergenz. Okay, so wie ich das sehe, wird sowas noch auftauchen, weil wir tatsächlich mit dem sprechen können. Was haben wir denn noch hier? Vor den Stadttoren. Die Stadttore sind ähnter. Arcadia muss zumindest so alt sein als alles in der realen... äh, in meinem Welt. Ja, genau. In der realen Welt. Oh, hat was. So, kann ich da irgendwie weiter geht's? Ah ja, hier scrollt es. Oh. Aber noch ein Händler. Auch vor den Stadttoren. Ah, da geht's zu den Docks. Ah. Oder bereitet sich auf den Krieg vor. Das sind wirklich eine Menge Kriegsschiffe, okay. Was haben wir hier? Ja. Wir haben ja schon mitbekommen, dass es hier wohl eher um Magie geht, als um Technik. Noch mehr blaue Flammen. Da geht's zu einem Schiff. Da geht's zu einem Small Pier. Noch irgendwas. Ach, das ist wieder die blaue Flamme. Dann gehen wir mal zum Schiff. Oder zum... ne, gehen wir mal zum Schiff zuerst. Das sind aber auch weite Wege hier immer. Naja. Was, was, warum... Okay. Hmhm. Warum ist der gerade weggegangen? Sailor? Judging by his ungainly stance, I'd say he's a Mariner peining for the sea. A Mariner peining for the sea. Was auch immer das bedeutet. Ahoy there, matey! Pardon? Ja. Haha. Isn't that how you sailors greet each other? No. W-what do you say then? Usually, hello. And if it's sunny, nice day for it. We might even try a... how are you today then? If we're feeling adventurant. But never... Ever... Ever... Ahoy. This is valuable information. Aye, matey, that it be. Why aren't you out at sea? Do you see the sail on that barge over there? Yes. Is it flapping? What? Is it flapping? Is the sail flapping in the wind? Um... No. And why is that then? Because... Because it's not windy? Exactly. Well, can't you just use oars or something? Oh, what an excellent idea. Now, why didn't we think of that? Of course. Oars! By Jarl's stunted left arm, that's it. Why have we been moored to the dock for a month with our merchandise dropping in value when we could have just rode our way to Guillen? Are you being sarcastic? Sarcastic? Me? What in Jarl's name makes you think that? How long's it been since the last wind? Near a month. Ever since that accursed alchemist put some kind of spell on the wind. The Mojol be cursed if I know why. But it's a bloody catastrophe. I've sent some good people of mine up north to deal with him. But not one has returned. Now the A-Reed High Council speak of sending an entire army platoon to sort him out. But I'm afraid that just might piss him off. Ein böser Alchemist, der einen Fluch über den Wind verhängt hat. Who's this Alchemist who cast a spell on the wind? I believe his name is Clax. Roper Clax. Lives in a bloody rock somewhere up north, beyond Riverwood. Thanks for the chat. Hi. It's a small ship or boat. I don't know the difference. Is there a difference? Das ist eine gute Frage. So, da geht's wieder in die City. Da geht's zum Small Pier. Das ist alles das Boot hier. Dann gehen wir mal zum Small Pier. Hier scheint es ja sonst nichts zu geben. Ein alter Seemann. I wouldn't feel too comfortable about sailing anywhere and that. It's like a toy boat for children. It's a lighthouse. The blue fire burning bright. A safe beacon for weary sailors. And a magnet for flowery pros. Okay. Da haben wir noch ein großes Boot. Komme ich da jetzt gerade her? Oder wo komme ich her? Ich finde irgendwie gerade nicht den Rückweg. Big Boat. War schon... Ah nee, da ist Pier. Da ist Big Boat. Okay, reden wir erst mal mit dem Seemann hier. Hallo, old man. I got me no treasure and I got me no map of no buried treasure. I just be an old sailor with no ships. So leave us be. What are you doing? Mendenets, of course. What would it look like I'd be doing? I'm not well versed in maritime customs. Margot? Ah, youse mean sea life, dear not. Ah. The smell of the salty sea, the lapping of waves on your ship, the spray of cold water on your face, plump maidens in every part. Aye, I tell yous. I be having stories about the sea. Care to share some of your maritime stories with me? Margot? Ah, tales of the sea, right? Sure, sweetie, I be happy to. Now, what stories be I wanted to hear then? Any tale of your exciting adventures will do. Aye, I be having plenty of tales to tell. There be the tale of me adventures in the Bakshivan Empire. If he'd be interested, it'd be a tale of grand romance. Just up your alley, be sure of it. Sure, that sounds like a fine story. Aye. It'd be near on fifty years ago that I was a mate on a sturdy old lady called the Three-Legged Whore. The what? What do I be saying? She was called the Thrifty Horse, she was. Aye, that be her name. The Whistle-Watsit. Uh, you don't remember the ship's name, do you? Ah, anyways, I be a young mate then. And we be anchored in Mount Herber, the grand western port of the once glorious Bakshivan Empire. I be having ship leave until the following evening. And it be me first visit to that exotic and dangerous port. So I sets out to have a look around. Now, bear in mind that Mount Herber be ruled by a mock. Like all large Bakshivan cities, in principle, the mock be having to report to and pay half of all taxes to the emperor in Port Altaban. But with the Bakshivan Empire having all but crumbled into pieces, the provinces do be having the power to do pretty much as they be wanting. Ah, and so I sets out on me own that day to explore the city. Now, bear in mind that all the cities of the Southlands. And that be me adventures in the once glorious empire of Bakshivan. And that be how I meet me bird bird. How I seduce and the romance the mock's daughter. How I be chased for Mount Herber by the mock's soldiers. And how I be the first man to walk across the desert of Shangagriel, the wastelands. And how I be getting this awful rash on. Ah, girl, you do not be sleeping, do you? What? What? Sleeping? No, 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 no. Just concentrating. Really hard. Arrgh. Good story, though. Solid. Solid material. Ever considered doing a book? Aye. But the agents in Mercuria be bloodthirsty vampires with no thought but to milk your life's blood. Oh. So they take an outrageous commission then? No. They actually be bloodthirsty vampires with a penchant for biting your neck when you ain't been looking. Huh. Huh. Ah, die Animationen sind alle ein bisschen langsam. Aber die Story ist gut. Ah, ich weiß nicht, ob ich noch mehr maritime Geschichten hören möchte. Was hast du denn in deiner Kiste da? Was hast du denn in deiner Kiste da? Was Kiste? Die, die du sitzt. Oh, das wäre keine Kiste, Frau. Das wäre mein Stuhl. Ah, also was sehr wertvolles. Also was extrem wertvolles. I'm still curious about that chest. Right, right. I'll be telling you, curse the balance, girl. You never give up, do you? I'll be having no real treasure in here, like I told you. But it be where I keep me personal articles. And things I'll be picking up now and then on me travels. I mean, bad. It's where I'll be keeping me bad before I'll be losing him. I'll be a stupid, stupid old man. He'll be my best friend. I ain't nobody else around to talk to, you see. On account of him being a talking bird. Ah, ein sprechender Vogel. Den kennen wir doch. What happened to your talking bird? I'll be... He cheated out of him. I, that cups handler on the marketplace, be cheating me in a full game of cups and I'll be having to give me bad up to try to win me money back. And what happened? He be taking me bird when I be choosing the wrong cup. I, my best friend, taken for me. Cursed be the balance. I be all lonesome now. The worst part is that me bird is now a prize to be won. A prize in the cups game. Meet the handler thrice and you win a prize of your choice, me poor bird. What's your bird's name? Bird. Oh. Okay. Ähm, ja, das dachte ich mir schon. Den müssen wir irgendwie gewinnen anscheinend. Oh Gott, ja, na, okay. I'd love to hear some more maritime stories. Sure, sweetie, I'd be happy to do. What story you'd be wanting to hear now? Okay, vielleicht... Ähm, okay, dann erzähl mal. Any tale of your exciting adventures will do. You want more? Damn be me wooden left ankle. I be having a great old tale to tell you about how I be coming to have me wooden packer. It all began... You know what? On second thought, forget about it. Bah. Okay. I'd better get going. Ah, youse young'uns who'll be always runnin' round. Everything be so important. He's been having no time to sit down and take a breath. So go. Be no wasting your time here with me. Und wieder eine lange Animation. So, Chest. Just a boring old non-treasure chest. Ein non-treasure chest, okay. Was haben wir noch? Den Seemann? Chest? Ich glaube, das war's. Okay. Also irgendwie den Vogel da befreien. Dann laufe ich nochmal zum Big Boat oder zum Pier. Ich glaube mehr... Ja, okay. Big Boat ist hier. Dann laufe ich mal zum Pier. Dann komme ich hier wieder an. Small Pier. Ship oder Big Boat. Das ist irgendwie das Gleiche zu sein scheint. Okay. Mehr gibt's hier also nicht. Also erstmal wieder zurück in die Stadt. Tobias hat ja gesagt, wir sollen uns hier umgucken. Und dann wieder zurückkommen. Und dann wird er uns alle Fragen beantworten. Ich schätze mal, wenn ich sonst hier nichts finde, dann werde ich genau das tun. Ein Instrument können wir vielleicht später noch kaufen oder brauchen. Aber im Moment sehe ich da keine Notwendigkeit für. Deswegen... Oh, Sekunde. Wir können... Ah! Ah, da ist mein Inventory. Na komm, lauf. Vielleicht scrollt es hier noch ein bisschen. Ne. Da geht's nicht weiter. Okay, dann geht's wieder zurück in die Stadt. Gucken wir nochmal ein bisschen. Obwohl, ja... Also Maps... Ah, okay. Ich kann also jetzt direkt zum Pier. Das bringt mir nur nichts. Sonst gibt's noch nichts. Zurück zum Marktplatz. Inventar. Den goldenen Ring. Den könnte ich eventuell setzen bei dem Spiel. Aber dann müsste ich immer noch rausfinden, wo der ist. Und da ich mit Sicherheit betrogen werde und es keine verlässliche Methode gibt zu sagen, wo der Ring ist, lasse ich das erstmal. Guck mal, ansonsten sehe ich hier nix. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.